Herzlich Willkommen hierzu. Das Video hat keinen Namen, aber ich wollte schon immer mal ein Meme in die Tat umsetzen und ihr kennt das doch. I brew my coffee with Red Bull and now I can hear colors and see sounds. Und genau das machen wir heute. Wir werden uns Red Bull statt Wasser vornehmen, wir werden einen ordentlichen Kaffee benutzen und wir werden den Kaffee noch würzen statt Zucker mit einem Pre-Workout-Booster. Und dann wahrscheinlich alle sterben. Dieser Duft erinnert mich an so viele schöne und besondere Momente in meinem Leben. Eine Ewigkeit später. Okay, also es läuft jetzt seit ungefähr vier oder fünf Minuten durch. Das Einzige, was sich überall im kompletten Büro breit macht, ist ein unfassbar widerlich, süß verbrannter Geruch. Ich habe so dermaßen keinen Bock, das zu kosten gleich, Oli. Okay, ich gebe mir jetzt mal Mühe, das schnellstmögliche direkt einzugießen. Sieht aus wie Kaffee. Sieht wirklich aus wie Kaffee. Es riecht nicht wie Kaffee. Es riecht überhaupt nicht wie Kaffee. Lass mal riechen. Es ist Kaffee mit ultra ekligem, krass ekligem Scheiß. Ja, wir lassen jetzt drei Minuten abkühlen und dann wird gekostet. Okay. Beruhig dich. Beruhig dich. Oh, shit. Oh, Gott. Erst kommt der Red Bull, dann kommt der Kaffee und dann bleibt irgendwas völlig widerliches, was nach verbranntem, karamellisiertem, verbranntem Zucker schmeckt. Und ich kann euch schwören, falls es euch alle mal interessiert hat, ich kann weder Farben hören, noch Töne sehen. Auf Wiedersehen. 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 Bis zum nächsten Mal.